Für mich stand schon lange fest, dass ich mich für einen dualen Studiengang auf der kaufmännischen Seite entscheiden werde. Hier kann ich meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse täglich anwenden und auch weiter ausbauen. Und egal ob du dich für den Studiengang Industrie oder International Business entscheidest, ein Auslandssemester ist immer möglich. Deine Fähigkeiten kannst du im Team, aber auch beim selbständigen Arbeiten im Betrieb unter Beweis stellen.